Energiepreispauschale und Inflationsprämie Anrechnung an die Witwenrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wird die Energiepreispauschale und gegebenenfalls auch die Inflationsausgleichspauschale an meine Witwenrente angerechnet? Zählen diese beiden gesonderten Zahlungen als Einkommen im Sinne des § 97 SGB VI oder § 18 SGB IV? Nein, meine Damen und Herren, bei der Energiepreispauschale gibt es eine ganz klare gesetzliche Regelung, die sagt, dass die Energiepreispauschale für Rentner grundsätzlich kein anrechenbares Einkommen bei anderen Sozialleistungen, die einkommensabhängig sind. Dazu zählt auch die Witwenrente. Klare Aussage. Zweitens, die Inflationsausgleichspauschale oder das Inflationsausgleichsprämie ist auch kein anrechenbares Einkommen. Das sagen auch die FAQs des Bundesfinanzministeriums mit Stand 7.12.2022, denn die Inflationsausgleichsprämie ist kein SV-pflichtiges Einkommen nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung und nach § 14 SGB IV kein Arbeitsentgelt. Somit auch kein anrechenbares Einkommen auf eine Witwenrente oder Witwerrente oder Erziehungsrente nach § 97 Sozialgesetzbuch Nummer 6, das gesetzliche Rentenrecht. Also, wenn jemand die Energiepreispauschale für Rentner erhalten hat oder vielleicht auch die Inflationsausgleichsprämie bekommen wird bis zum 31.12.2024, da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Sie das als arbeitender Rentner auch noch bekommen werden. Müssen Sie sich keine Sorgen machen. Es wird weder an die Rente angerechnet, weil ja zum 01.01.2023 die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten sowieso wegfallen und bei Witwen- oder Witwerrenten auch nicht angerechnet, weil es kein anrechenbares Einkommen im Sinne der gesetzlichen Regelung darstellt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.